Hier ist ein Mac. Oh, nice. Ihr seid wohl Zwillinge, sag ich mal. Ja, ihr seid Zwillinge. Echt, ja? Krass. Ja, sind wir Zwillinge? Hast du auch die nächsten Sachen an? Na los, Hochwetterstation, Wetterstation. Zu den Goons, komm. Zu den Goons. Ob sie noch da sind? Ich hoffe nicht. Ich hätte Bock. Ich nicht, nicht mit der Munition, Alter. Egal welcher, das bringt auch nichts. Einfach in den Kopf, dann passt das. Ich habe mir... Wir hatten ja irgendwann letzte Woche irgendwie mal so ein Thema mit Outsider und so. Da habe ich mir dann nochmal ein paar Videos von ihm angeguckt. Ist gar nicht so übel, also ich finde ihn ganz gut, muss ich sagen. So auch jetzt. Ich hatte wahrscheinlich mal ein Video erwischt, wo er nicht so gut drauf war. Und dann dachte ich so, ja. Doch auch so arrogant wie alle, aber geht eigentlich. Thomas, moin. Ja, das ist recht nett. Wir haben die Stimms wieder gut angepasst. Was heißt das? Das heißt, Propital hatte vorher... Also am Anfang hatte der ja Schmerzmittel drinne. Ja. Danach nicht mehr. Und jetzt ist es wieder mit drinne. Ah, okay. Ein paar andere Änderungen. Bei anderen Stims. So nice. Spart mir einen Platz. Gut zu wissen. Ja, so Propital ist wieder was wert. Mhm. Äh. So. Kommt mein Stick ran hier. Hast du die immer noch? Ja, einen noch. Ich führe dir wie Sand am Meer. Ohne Scheiß. Ja, dann guck du mal. Ich guck mal hier durch. Vielleicht habe ich ja Glück. Wenn du die brauchst, ist es immer so. Ja, das stimmt. Unser Sticks Schnüffelhund. Ja. Was haben wir denn hier? West 325. Mhm. Dann war mit. Das wollte ich aber nicht haben. Ja, ich beschwere dich noch. Okay. Ich wollte den USB-Stick. Tja, nur dann Richtung E-Werk. So. So. Wer ist denn hier der Schlumpf? Ja, ich nicht. Ich will das auch nicht. Die Schlumpf-Mission. Ach, die habe ich zum Glück schnell abgehakt. Das ist gut. Zwei Raids, glaube ich. Ja. Ne. Oh doch. Ja. War das die? Ja. Ja, die Schlumpf-Mission. Ich hatte vorher eine andere mit Scav. Da bin ich ewig, um drei Tage, fast am Verzweifeln gewesen. Ich gehe mal oben an der Brücke. Vielleicht kommen hier ein paar Leute, um zu den Brücken. Ich gucke mal, ob ich schon ein E-Werk, ob ich gerade den Sniper schon mal habe hier. Okay, Schneiber da. Hm. So. Kommt ja noch. Da ist er. Ach, leg dich doch nicht hin. Du Idiot. Auf der anderen Seite ist der. Ach, Mann. Wie soll ich ihn denn töten? Ich renne rein. Vielleicht habe ich nicht unten im Bar. Ja. Warte, da muss der auf und aufstehen. Ja. Warte, warte mal. Ich fahre an der Ecke. Ja, ist schon mal weg. Okay. Also Minus quasi. Ich habe auch einen Minus. Sehr gut. Dann komme ich mal runter. AP aber. Wer stöhnt hier? Das war ich. Okay. Schlumpf. Ich bin gleich hinten rein. Ach so. Ich dachte, probierst du mal was Neues. Das ist gut. Öfters irgendwo Motor. Sehr schön. Wie eine Gazelle. Ich bin hier oben auf dem Berg. Ich warte hier. Und gucke, dass ich so ein bisschen die Gegend einen Blick habe. Oh, ich kann ja ans E-Werk. Ha. Ja. Hast du einen Schlüssel für oben? Ja, ja. Geil. Den brauchst du auch noch. Oh, heiß. Ich bin auch schon drin. Ich fahre Stecken. Hinten drin. War mir schon klar, dass du hinten drin bist. Ja, das heißt, wenn ich den Schlüssel oben nicht habe, was will ich machen? Ja. Ich würde ja sonst fährlich oben gewesen. Habe ich ihn leider. War nicht. Oh, Prisma. In der Zippel. Zippel. Wo ist es? Jetzt muss ich ihn abholen. Hm. Was tut es? Boden. Jetzt habe ich noch einsteckt. Ach so. Weil du sagst es jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Ja, mitnimmst du es trotzdem, aber. Naja, brauchen wir es, wie viele Toolsets du brauchst. Gut, aber ja doch für das Shooting Range. Ja, für alles, Alter. Du brauchst, ja. Es sind wirklich viele, das stimmt. Überall schreien die nach Toolsets. Ach, stimmt. So, ich gucke mal, Busansteller. Moin, Sperling, grüß dich. Herzlich willkommen. Seid ihr noch auf dem E-Wert? ach so ich dachte du machst das dann neben mir gerannt ist dankeschön kaiser irgendwie nicht wir brauchen 20 jetzt in der runde ja ja was gibt's die wollen nicht diese idioten lachs carpaccio in saffra und so ist ja mit ok sticker bis jetzt nicht jetzt auch an der bush als stelle ja jetzt schon weiter nehmen wir sind drin jetzt wo bist du ich bin ganz hinten am bus ok wenn ich die gegner auch zu sehen würde ja dann gucken wir mal zum sniper felsen oder überall da wo es jetzt sind ja es sind einfach felsen oder am lkw das ist nicht auch falsch ja aber da kommen wir ja nachher eh wieder vorbei ich will jetzt nicht zum lkw und dann rüber naja das stimmt das ist ja liegt nicht auf dem weg also wir können den absteiger machen ja aber das weicht von der rute ab das geht nicht das weicht die rute ab verwandt die bus grüß dich die erbsen munition ja es ist es ist halt erbsen munition wenn du was besseres kaufen kannst press ich ein besen aber das glaube ich dir nicht man kann nur herstellen also höchstens auf stufe vier kannst dann glaube ich von skier oder äh von von war es jetzt nur bekommst du ja die diese nato munition dann auch noch von peacekeeper oder von skier von einem von beiden glaube ich ja bekommst du sie früher bei skier und peacekeeper also skier und peacekeeper und skier haben die jetzt rausgenommen die m85 5a1 ah ok siehst du du kriegst du jetzt nur noch bei peacekeeper bin er da ne oder liegt schon ich glaube ich hab da das liegen gesehen vorhin oder die waren vor uns auch schüsse ja und wohnung sehe ich auch keinen wie immer ein stack erbsen 10k 2 ja dann nehme ich die mal raus und du das mal da rein schwarz bei mir warte direkt hier am felsen wo bist du schon oben oder unten ich bin am berg ich gebe mir gerade den ganzen stims am berg oder direkt an der kante direkt am berg ist der direkt da dran ich bin am boden am liegen ja das habe ich nämlich er hat mich bin down nein ich habe ihn gesehen aber irgendwie er flankiert uns aber wird zum ressort weiter 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 wo ist er ich habe ihn okay bist du das hier ja alter das bin ich ach so ach scheiße ach man so ein dreck alter freust du dich und da steht ein aber hier vorne war da noch einer oder ne an der felskante am felsen am felsen ich bin tot ich bin tot ach ne ich bin tot ich bin tot Bis zum nächsten Mal.